hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge folge 23 von minecraft beyond so ich war jetzt schon im netto und habe mir soulcent organisiert weil wir wollen uns heute um den wireless charger kümmern dafür brauchen wir zwei solarium und das kriegt nur in dem war gold und soulcent ich glaube auch in einem aloe smelter genau reinballern wir machen einfach mal 13 so rein damit ach das war mal große das bild ich will ich behalten so dann brauchen wir noch wie brand aloe das kriegt man glaube ich energetik muss man eigentlich noch was da haben von dem energetik ja natürlich so wie viel braucht man denn da wir brauchen 24 und eins wird also drei haben auch drei ender perl so schaut schon mal gut aus dann können wir schon mal die ersten zutaten machen zum beispiel das hier wenn wir da nicht noch einen drin haben nein haben wir nicht wir brauchen noch einen normalen capacitor ja nichts dabei natürlich und kupfer was mache ich denn was mache ich denn was mache ich denn man schon mal fünf ist er wurscht da brauchen wir den double layer das da ist da und was was noch nach energetik pulver kohle pulver so davon brauchen wir zwei dann brauchen wir den okta da brauchen wir wie brand alle und los don't block ich weiß gar nicht wo ich das close don't hin habe so wir brauchen auf jeden fall diese drei und solarium und los von hier und 34 close don't block auch fertig so gut dann können wir den hier machen dumm okta gut was brauchen wir noch electrical steel haben wir hier irgendwo ziemlich viel sogar da brauchen wir zwei vier sechs sieben sieben davon das brauchen wir das brauchen wir nicht mehr zwei solarium brauchen dann brauchen noch zwei silikon die haben wir zwei silikon ein wie brand das hier eine axt und eine schere ok aber ich denke mal das wird mcfisto selber schon haben so dann habe ich das hier mal wieder weg soll send du mal hier rein klaus auch ich hätte doch viele close don't gehabt habe ich mir vorhin im netto noch gekriegt so die kapacita lassen wir auch da alles hier lassen was wir nicht unbedingt brauchen so das gehört nicht hier rein muss ich jetzt echt mal sagen gut und dann machen wir uns auf den weg zu mcfisto ich möchte nämlich unbedingt diesen wireless charger haben der ist nämlich cool muss ich nicht immer das jetpack ausziehen so wo geht denn das hin mcfisto möchten wir aber zu nimm könnten wir eigentlich auch gleich mal schauen mcfisto mcfisto Pam zmark mi mcfisto Was hat er hier gemacht? Alter. Also ich bin jetzt wirklich mal ein bisschen speechless hier. Der hat ja richtig zugelegt. Wow. Also okay, das hier ist jetzt bloß ein Turm. Aber... Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich zum Äquisto. Wow. Alter. Ich bin begeistert. Das ist ja übel, was der hier hingesetzt hat. Äh, nimm. Hier kann man Essen holen. Oh, hier gibt's sogar ein Bier, hä? Naja, okay. Raspberry Ice Tea. Was muss ich da reinwerfen? Darf ich hier nix rausnehmen? Ah, mit links. Oh, zu niedrig. Ähm, geht er nicht wieder da rein? Ich wollte hier ja jetzt nix klauen. Ach, da gehen bloß ganze rein. Und den hab ich jetzt benutzt. Oh, bin ich böse. Also ich bin... Ich bin... Wirklich. Alter, nicht wahr. Nicht wahr. Das gibt's ja nicht. Ich bin... Ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt, was der hier hingezaubert hat. Ich war jetzt... Ich war jetzt vielleicht eine Woche nicht mehr auf dem Server. Nicht mal. Ich war weniger. Vielleicht drei, vier Tage nicht auf dem Server. Ist ja... Ist ja Hammer. Und auch die Landschaft. Geil. Geil gemacht. Also wirklich. Ohne Scheiß. Hier eine Mühle. Die... Elevator, ja? Hä? Uh, ah? Was hier? Okay, das ist ein Versorgungsschacht. Aber ich bin wirklich beeindruckt. Das ist halt sein Versorgungsschachtsystem. Finde ich cool, dass er das so gemacht hat. Da höre ich irgendwo Lava. Äh, ich bin... Ich bin... Boah, voll geflasht, Alter. Ich bin richtig, richtig hin und weg. Was hat er hier? Ich möchte jetzt hier nichts irgendwie rumdrücken. Hey. Da ist man einmal ein bisschen nicht da. Und dann... Setzt er hier solche Maßstäbe. Was ist das? Das ist eine Mine. Selbst die Mine. Guckt euch das mal an. Der hat das schon so geplant. Ah, Alter. Ich bin geflasht. Aber sowas von... Was haben wir hier? Okay. Lumberjack. Ich bin richtig geflasht. Ich finde es... Ich finde es übelst geil, was er hier hingesetzt hat. Und... Ähm... Ich muss... Ich muss dazu sagen... Da ist ja mein Scheiß, was ich baue. Rel... Total probelig. Das ist ja... Ist ja gar nicht real, was ich da baue. Das ist ja... Es ist lächerlich, was ich gebaut habe. Wirklich lächerlich. Ah, hier gibt es Essen. Ah. 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 Oh Gott. Ah. Er hat sich so viel geil... Oh. Hier, in die Küche darf man zwar eigentlich nicht rein. Guck mal. Vorunter wird sogar gerade ein Burger über dem Lagerfeuer gemacht. Und dann hat er hier ein ME drin. Das ist alles... Ach, 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 ach. Nein. Doch. Es gibt es nicht. Es gibt es nicht. Oh. Sorry. Sorry. Nein, nein. Ich will nichts kaputt machen. Es ist... Es ist einfach nur... Nur gigantisch geil. Ich bin jetzt gerade so happy. Ähm... Ich meine, die Idee war ja natürlich wieder so eine Art Minecraft City. Aber so wie es Nym hier umsetzt... Respekt. Ich muss mal gerade... Ich muss mal gerade hier... Warte. Ich muss hier... F... Verdammt, jetzt ist es kurz mal abgeschmiert. So, F11 muss ich machen. Muss ich einfach. Und dann muss ich... Diese Taste drücken. Ja. So. Also es ist... Übelst geil. Ich hoffe, er baut hier weiter. Hier ein kleines Bötchen. Hammer. Hammer. Was anders fällt mir eigentlich dazu nicht ein. Er treibt es auf die Spitze hier. Fischerei. Ich weiß jetzt... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt... Gar nicht mehr. Warte mal. Doch das hier war sein Stadthaus. Das war sein Stadthaus hier. Mit dem Haus hat er angefangen. Glaube ich. Aber dann hat er es... Er hat es wohl nochmal umgebaut. Aber er hat es... Er hat es wirklich geil gemacht. Ich bin... Ich bin total begeistert. Nöhm, wenn du die Folge siehst. Hammer geil. Eigentlich wollte ich ja... So. Macfiston. Alter. So. Mal schnell hier rein. Bevor mich irgendwas... Ähm, hallo. Bevor mich hier irgendwas fressen will. So. Und jetzt muss man die Maschine mal schnell suchen. Ich meine, wir werden jetzt schon aufgeladen. Alois Melder. Das License-Bias. Hier. Den hier brauchen wir. So. Ach, wir haben kein Enderman-Kopf. Verdammte Axt. An den habe ich gar nicht gedacht. Ich guck mal, ob Macfisto mir zufällig einen leihen möchte. Ich brauche einen Enderman-Kopf. Hast du keinen hier? Schade. Da vielleicht. Aber der hatte wahrscheinlich nur... Ja, da hatte nur Ors drin. Hat er hier noch kein ME? Würde mich etwas wundern. Ja, der sagt bestimmt nichts. Du, du, du. Ihr habt nichts gesehen. Ähm. Ne, der hat kein ME. Verdammt. Ähm. Hast du einen Enderman-Kopf? Verdammt. Ich brauche einen Enderman-Kopf. Habe ich dem jetzt 15 Enderbeeren geklaut? Äh. Geborgt. Geborgt. Nur geborgt. Kann ich den haben? Dann... Dann... Baue ich mal gerade... Wenn der jetzt Ja sagt, dann klaue ich mir kurz den Slice-Pay. Einen. Ich brauche ja bloß einen. Der sagt bestimmt Ja. Hä? Wo ist der hin? Nein! Was der hin? Was der hin? Oh, oh. Hehe. Slice. Ups. Ähm. Hallo? Ähm. Äh. Mecfisto. Ich hab da was kaputt gemacht. Ähm. Das war nicht so geplant. Ich mach mal schnell wieder zwei so Dinge. Ich reparier den Schaden wieder. Ähm. Zwei Scheren. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall Eisen. So. Irgendwo hatte ich auch noch mal so Zombie-Köpfe-Zeug. Ich hatte welche. Creeper haben wir einen. Naja, egal. Wir machen jetzt erstmal die Basissachen. Das heißt, wir brauchen zwei. Ach. Was macht denn der immer? Zwei davon. Eigentlich brauchen wir drei, weil wir müssen da ja nach was reinmachen. Ähm. Home. Bei mir zu Hause in der Fabrik. Ähm. Das war ein bisschen doof. Maschinen-Dinger haben wir noch. Wollen wir zwei. Ne, Axt. Warum? Warum interessiert ihn das dann doch nicht? Zwei Äxte. Eigentlich brauchen wir drei Äxte. Solarium brauchen wir auch noch. So. Mal ein bisschen was raus tun. Solarium. Habe ich das Maschinen-Casing dann nicht mitgenommen? So. Hä, was war das jetzt? Das hat das so komische Geräusche gemacht. Den hauen wir. Wo haue ich denn das Ding hin? Da oben. Dann haben wir da das da rein und das da rein. Das brauche er. Danke. Gut. Ähm. Danke. So. Ähm. Wir wollten aber eigentlich den Verilis Charger. Es kann sein, dass wir dafür noch Ne, brauchen wir nichts mehr. Das war schon alles. Okay. Toll. Und wir machen uns hier voll den Stress. Hallo? Achso, das hat gleich reingezogen. Boah, ich dachte, das wäre jetzt alles schon weg. So, jetzt müssen wir nochmal so ein Ding machen. Jupp. So. Irgendwo hatte ich... Na hier. Haben wir doch schon Zombie Head. Gut. Dann machen wir Equisto mal wieder in Slicen Spice. Ähm. Döp, döp, döp. Naja. Sleece. Sleece and spise. Aber halt nicht die kaputten, sondern die ganzen brauchen wir. Das und das. So. Dann können wir gleich den Schaden reparieren. Hier haben wir dieses Teil. Jetzt wollte ich gerade mal gucken. Wireless Charger. Gut. Und Achtung. 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 Bäm. Wireless Charger Hold Shift. Äh, Shift. So, der lädt jetzt Sachen im Umkreis. Und den würde ich gerne hier reinpflanzen. No Power? Warum hat er keinen Power? Hm. Alles kaputt gemacht. Warum geht der jetzt nicht? Jetzt habe ich 100%. Ich fliege mal ein bisschen. Ich könnte ja mal, ich könnte ja mal zu Shadow, äh, wieder zu McQuisto gehen und das Zeug zurückbringen. So. Diesmal müssen wir das Ding hier wieder richtig einstellen. Waruna, Nimm, Dial Ones. Nein, der war nämlich, ähm, dauerhaft eingestellt auf Nimm. Deshalb bin ich da auch vorhin gelandet. Ja, ich muss ja jetzt selbst sagen, für, ähm, ich weiß aber nicht, warum der kaputt gegangen ist, dieses komische Slice and Spice. Naja, ich pflanze ihm das einfach mal wieder dahin und hoffe, dass er es nicht merkt. aber nicht, dass das da irgendwo in eine andere Maschine reingerutscht. Äh. Ich will doch hier gar nichts kaputt machen. So, das da wieder rein, das da wieder rein. So, als wäre nichts gewesen. Ach, der hat ja, der hat ja, der hat ja so Sachen nicht, ja. Ach, das ist ein, das ist ein Cobblestone-Gen. Hier. Auto-Placer, der placed hier den Block. Das ist ein, das ist ein Block-Breaker und dann macht er hier Cobblestone. Okay, so, ähm, kleines, kleiner Fauxpas bei McFisto behoben. Habe ich hier das so? Klar habe ich. Oh, nein, ich wollte ihn eigentlich essen, aber habe dann zu spät gemerkt, dass ich das nicht essen sollte. So, wir fliegen jetzt mal ein bisschen und ich hoffe, dass ich dadurch, ja, jetzt verbrauche ich Energie. Nein, bleib doch da, Mann. So, auch gut. hier müssen wir jetzt wieder ein paar Saplings rauskriegen, dass wir hier eine neue, neue Farm aufmachen können. hier haben wir schon sieben. Was will man denn mehr? Acht. was wollte ich denn? Achso, ich wollte Energie verbrauchen in meinem Jetpack, um zu gucken, ob der Wireless Charger funktioniert. Dazu müssen wir einfach gleich mal in die Richtung vom Wireless Charger fliegen. und dann sehen wir das, ob das funktioniert. so, wir sind bei 97%, 96%, und 100%. Funktioniert! Ja, Mann! da ist er, funktioniert, lädt sich bitte auf, dauert halt seine Zeit. Aber ist ja kein Problem. Auf jeden Fall soll es es auch schon von der heutigen Folge gewesen sein. Ich bedanke mich euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wireless Charger, ganz praktisches Ding, wenn ihr euch nicht immer extra in die Capacitor Bank hier einwählen wollt, also, wenn ihr nicht immer diesen Schritt hier vollziehen wollt, ja, das raus, das rein, das rein, und dann, Wireless Charger, die Lösung. So, ich gucke mal gerade hier rein. Ich habe mir schon länger nicht mehr reingeguckt, aber, da geht gerade nichts. Oder? Also, fertig kann ja noch auf keinen Fall sein. Wir gehen mal noch schnell schlafen, und dann gucken wir nochmal, und dann, was ist das für die Folge? Es kommt immer am Ende noch ein bisschen was dazu. So, Ratzen. Guti. Guti Mutti. So. Was wollte ich denn gucken gerade? Achso, ob da, ob sich hier was tut. Weil eigentlich dürfte der, glaube ich, noch nicht fertig sein. Aber es sieht doch so aus. Kommt nichts mehr an. Dann wird es wohl schon fertig sein. Wir haben sowieso so viele Ressourcen. Guck mal hier rein, das sind nur Edelressourcen. Ja. Das sollte eine Weile reichen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da. Wenn nicht, Daumen nach unten. Aber bitte mit Erklärung, weshalb. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.